Hey, hey aus Schweden! Zurzeit habe ich meinen Enkel zur Betreuung wieder bei mir. Das ist super schön und wir machen viele Dinge zusammen. Was wir so machen, das seht ihr in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ja, mit meinem Enkel fahre ich viel Fahrrad. Wir gehen jeden Tag eine Hunderunde. Wir spielen Karten, wir basteln, machen Dinge im Garten. Und jetzt seht ihr mich gerade hier am Rümmen, meinem Lieblingssee. Wir haben eine Radtour gemacht, machen gerade ein Picknick. Und ich zeige euch gerne jetzt etwas von der frühlingshaft schönen Landschaft. Aufgrund der Pandemie verzichten wir zur Zeit auf Ausflüge. Was wir aber jeden Tag machen, ist raus in die Natur zu gehen. Jeden Tag drehen wir unsere Hunderunden, weil Bonny ja auch ihren Auslauf braucht. Wir fahren Fahrrad, wandern und Lenny hilft mir auch im Garten bei der Arbeit. Wir haben das Trampolin aufgebaut und haben einfach auf diese Weise viel Spaß miteinander. Das ist es lachen, wir sind vollOOD. Wir haben das Trampolin aufgetren, wenn wir unsere Hunderundern. Wir haben das Trampolin aufgetren, wenn wir unsere Hunderunder. Wir haben das Trampolin aufgetren, wenn wir uns das Trampolin aufgetren. Untertitelung. BR 2018 Wer meine Videos kennt, der kennt ja auch schon den See Rümmen, an dem ich mich immer besonders gerne aufhalte. Der See hat eine Fläche von 13,4 Quadratkilometern und die tiefste Stelle beträgt 11 Meter. Wenn ich mit dem Rad einmal um den See fahren würde, dann bräuchte ich 39 Kilometer. Untertitelung. BR 2018 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 Hier sind wir am Südufer des Rümmens und wie man sieht, ist es heute richtig stürmisch. Untertitelung. BR 2018 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 Vielleicht hat euch das Video etwas entspannt. Das würde mich freuen. Und ich sage bis zum nächsten Video. Hej då aus Schweden! Untertitelung. BR 2018